Was wir über Manchester aus der vergangenen Nacht gehört haben. Mit Trauer und Entsetzen verfolge ich die Berichte aus Manchester. Es ist unbegreiflich, dass jemand ein fröhliches Popkonzert ausnutzt, um so vielen Menschen, jungen Menschen, den Tod zu bringen und ihnen schwere Verletzungen zuzuführen. Der Attentat von Manchester, das der größte Schmerz in den USA seit 2005 ist, zeigt, dass die Gefahr in allen Ländern unserer Welt ist. Wir wissen es in der Schweiz. The victims seem to be very young people. It is clearly an attack to the European youth and their love for life, I would say so. And I believe young Europeans will continue to value their way of life, their freedom, their joy, their living together, their enjoying together. And I believe fear will not prevail. And the best response to terrorist attacks will continue to be our European youth, continuing to live together, enjoy life together and react in this way. L'attacco che ha colpito stanotte a Manchester è un attacco all'intera Europa. Si è trattato di un attacco particolarmente odioso e orribile perché ha colpito in modo particolare ragazzi e ragazze adolescenti che con le loro famiglie erano andati per un concerto. Grazie. 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 Grazie.